John Cena's Sexy Highschool Adventure. Was sich hinter diesen mysteriösen Worten versteckt, das zeige ich euch nun im folgenden Video. Ja Freunde, da seht ihr schon den Startscreen. Das wird sehr, 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 sehr interessant. John Cena's Sexy Highschool Adventure mit WordArt. So sieht es zumindest aus. Ist das Ganze hier Designwort oder was? Ein Zuschauer hat mir das geschickt und zwar GOMMIS123 und das sieht sehr lustig aus. Und da wird man anscheinend so ein kleines Adventure spielen, so Text basierend. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe davon noch nichts gesehen. Ich habe gehört, da einige YouTuber sollen das schon gespielt haben. Wir gucken einfach mal, ob ich mich da bepissen werde, verlachen oder wie das gut gehen wird. Wir machen schon mal Startgame, ne? Have you played or beaten the game before? Ne, ich habe es noch nie gespielt. Oh Mann, ähm, warte, oh Mann, it sucks, I have to move school. Okay, ich muss die Schule wechseln. Fuck with son, sagt das. Alle meine Freunde haben mich gemobbt. Äh, okay, Mensch. Aber wenigstens hoffe ich, dass ich mehr Freunde machen kann bei der Cena High. So heißt anscheinend die Schule. Versuche nebenbei zu ersetzen. So, ho, niemand ist hier. Hey da. Hey du. Ich bin's, John Cena. Hey da, die Musik. Ja, Freunde, machen sich die perfekte Übersetzung. Ich weiß. Oh, du hast mich erschrocken. Boah, John Cena. Ja, du hast mich erschrocken. Oh, Entschuldigung. Ähm, hab nicht gewusst, dass du der Neue hier bist. Vielen Dank. Wohin sollte ich gehen? Ähm, du solltest wahrscheinlich den, ähm, Lehrer treffen. Oder den Lehrer aufsuchen. Mr. Cena. Mhm. Oder du kannst mit mir abhängen und meine Gang. Okay. Ich werde darüber nachdenken. What the fuck with son, ne? Ah, super. Bis später. Ach, scheiße. Was sollte ich nun machen? Okay, also sollte ich entweder Sina... Oh, God, ist das laut? Erstmal leider. Entweder nicht hier zu lang. Sollen wir in den Classroom gehen? Von Mr. Cena heißen hier alle Sina. Oder sollen wir Senpais, äh, Crew besuchen? Jawohl. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir jetzt mal in den Klassenraum, ne? Okay. Sollte wirklich den neuen, ähm, Lehrer treffen? Ey, das wird super. Ist das alles nur mit Sinas? Hallo, ist hier jemand? Hi, ich bin hier. Mr. Cena. Hallo, I'm Mr. Cena. Your teacher. And you are? Fako, Sir. Not of your business. Ich bin Fako, Sir. It's Fako, Sir. Ah, was ein schöner Name für einen super schönen Boy. Ich spreche schon so wie Money Boy, ne? Freue mich, dich zu treffen, Fako. Äh, nun, wie kann ich dir helfen? Also, ich bin neu auf der Schule. Und jemand... Und, ja... Und ich brauche jemanden... Ne, was? Was soll ich machen? Ähm. Achso, jemand hat mir gesagt, ich soll hier hin, oder was? Ah, es war wahrscheinlich dieser John Cena Boy. Er ist sehr nett. Ist der nett, oder? Ähm, ja. Er ist cool, schätze ich mal. Oh! Ach, der hat die Musik! Oh, es ist schon fast soweit. Ähm, du solltest deinen Platz einnehmen. Okay, vielen Dank. Ähm, du hörst kaum der Lektüre zu. Ähm, aber du verstehst genug. Ähm, und das reicht für heute. Denkt daran, eure Hausaufgaben, äh, in Geschichte der WWE... Ne. Die Geschichte... Äh, die Geschichte der WWE... Des WWE-Gürtels zu machen. Oder die bis morgen zu machen. Klar. Ja, wir verlassen den Klassenraum. Wie geht der andere aus. Und was machen wir nun? Okay, wir sind... Ne, jetzt bin ich auch so... Cena Senpai, ne? Ich weiß, dass Lesson auch Unterricht schon heißt. Ich wollte bloß ein bisschen mit Lektüre angeben. Mit der Vokabel. So, wir schauen uns um, aber wir finden nichts. Fuck this! What? Geh nach Hause. Nicht so schnell, du Schimpanzer. So, wir drehen uns schnell um. Johnny! Hey, Nerd! Ähm, du machst besser meine Hausaufgaben. So, oder sonst setzt es was. In fact, also in Wirklichkeiten, oder wie sagt man tatsächlich? Oder eher sogar. Nimm das hier! Äh... Hey, da macht unsere Notizen kaputt. Ah, crap! Jetzt können wir entweder zurückfalten, oder wir können nach Hause laufen, wie eine Holzhose. Hm. Ne, komm. Wir schwingen unsere Faust! Aber der Kopf von Johnny... ...wirkt sich... ...oder, ähm, weicht dem Ganzen aus. Haha! Dieser Schimpanzer versucht mich auch zu knocken. Nimm das! Und jetzt werden wir verprügelt. You don't think you're getting up. Also, wir kommen wahrscheinlich nicht raus. Und er pinnt uns! Was? One! Two! Three! Beds go off! Johnny's celebrating! Meanwhile... Okay, also, wer hat uns erscheinend gepinnt? Oder wie? Funktioniert das? Meanwhile... Ähm... Okay. Ähm, was? Nein! Was soll das denn? Plot twist, genau! Wir haben verloren. Ja, dann machen wir das nochmal. Have you played, beaten the game before? Ja, ich würde nochmal. Did you achieve all possible... No, I didn't. Mhm. Okay, jetzt spielen wir das nochmal von vorne. Okay. Das lasse ich so auch noch nicht auf mich setzen. Das dauert ja nochmal. Äh, jetzt will ich teach. Ich werde erstmal... Zu seiner Gang jetzt erstmal gehen. Wait up. You ran and ran. Okay, wir kommen hinterher. Okay, jetzt sind wir... Ha! Hey, Bro! Ähm, ich möchte, dass du alle nach hier triffst. Ich möchte dir jeden vorstellen. Das ist Johnny, the tough guy. Oh! Jetzt werden wir voll dick gehen mit dem... Ähm, Johnny oder was? Wir sollen uns nicht... Oder wir sollen uns nicht mit ihm anlegen. Da ist er! Na, du Schimpanse? Oder na, du Affe? Boah! Äh, kommen wir bloß in die Quere. Das ist Jonathan. Ähm... Okay, er redet nicht so viel. Das ist Jonathan! Okay. Hi. Ich hab mein Projekt. Das muss ich jetzt erledigen. Und das ist alles, was er macht. Er macht die Arbeit. Und... Wir müssen zur Lektüre, zur Unterrichtstunde. Let's go! Okay, ja. Das kennen wir schon. Feinziner Senpai? Nö, wir gehen jetzt nach Hause. Machen wir ja auch noch gar nichts. Wie, jetzt kommen wir jetzt schon... Jetzt kommt er trotzdem. Ey! Macht er trotzdem. Waaah! Nö, ich laufe weg. Bezeugung ohne. Okay? Oh man! Äh, der Lehrer wird mich umbringen. Oder Johnny, ne? Wie, einfach ins Bett gehen? What the fuck is going on right here? Ne? Äh, die Frames kommen hier alle an? Doch, die kommen an. Schreckliche Nacht. Oh scheiße. Die Hausaufgaben. Ich hab's komplett vergessen. Was soll das denn? Still better than 2K15, sagt der Hannes hier. Weiß ich nicht. Seid ihr auch dabei? Du könnt ihr über die Kommentare schreiben. Oh man. Ich hab meine Notizen nicht. What do I do? Ah fuck, unsere Notizen. Ich hatte er kaputt gemacht. Äh, zu denen gehen wir jetzt. Ja, ich würd mich ja bei Johnny auslassen und sagen, das sollte das, ne? Johnny, where are you? Oh nein, das sieht hier, das hier. Oh nein! Ich glaub, ich hab Johnny grad verwechselt mit, äh, Senpai. Fuck. Fuck. Okay. Ja, also, er soll sich jetzt helfen, oder was? Tough luck, Champ. Ja, den rennen wir jetzt hinterher. Oh nein, du nicht. Gib mir dein Anruf. Okay, jetzt wird er sich wirklich nur anlegen. Boah, mach mal die Musikleise, die geht einen auf die Zerven. Nö, nö. Haha, I like you, Champ. I'll give you what I stole from that nerd. Oh, guck mal, jetzt sind wir gut mit ihm. Nice, jetzt bekommen wir die Hausaufgaben, die ein anderer gemacht hat. Okay. So, Klaas, hand in your assignments. So, jetzt bekommen wir die. Ja, und stolz. Bring mir die jetzt. Geben wir die jetzt. Oh, und es ist genauso wie die von Jonathan. Ach, Jonathan heißt ja richtig. Oh Gott. Jonathan Name ist raus, oder weggestrichen. Hey, komm, Lehrer. Ich brauche das, damit ich der WWE beitreten kann. Aha. Jetzt schreiben Sie noch ein bisschen. Oh Mann. Jetzt haut er ab und wir geht es weiter. Okay. Jetzt geht es weiter mit der Lektüre. Wir fallen fast in Ohnmacht, beziehungsweise schlafen ein. Kriegen kaum was mit. Und das ist, wie Brock Lesnar wurde pummeled. Er ist ja pummeled. Schreibt mir jetzt mal in den Chat. Ach, die muss ich gleich sagen. Für den Stream hier. Keine Ausaufgaben. Juhu. Was Prom ist morgen? Also Abi-Ball so in der Art. Also Abschlussball. We have a prom? Mit wem gehen wir denn? Gehen wir ja mit der weiblichen Version von John Cena. Das wäre ja interessant. Okay, wir wussten das anscheinend nicht. Abschlussball ist morgen. Leute, come on. Können wir jetzt jemanden einladen? Today is the day of the prom. Also wir konnten nicht mal auswählen. Nicht ernsthaft, oder was? Ich weiß, dass du mich magst. Ich habe es seit dem ersten Tag gesehen. Ist mir doch auch rot, oder was soll das darstellen? Können wir irgendwo hingehen, wo es mehr privat ist? Alright. Folge mir. Okay. Hier bist du. Hier bist du. What are you doing? Warte mal. Warte mal. Wie? Warte. What? Ähm. What I wanted to do. Okay. Was ich machen wollte vor... Für eine lange Zeit. Nein. Warte mal. What? Dann ist das vergewaltiger. Was passiert hier? Was? Was passiert hier? Nimm das, du Nerd. One. Und... Nein. Warte mal. Warte mal. Two. What? Take it hard. Und so hat das Genital die ganze Welt zerstört. What? Good job, you homo. Bully end. Ja. Ja. Äh. Gut. Das soll's gewesen sein für John Cena's sexy high school adventure für die erste Folge. Soll ich das Weiterspiel freuen? Hattet ihr viel Spaß mit der Episode? Schreibt es mal in die Kommentare. Es gibt ja offensichtlich noch zwei weitere Enden. Oder noch mehr Enden, ich weiß nicht ganz. Aber man muss euch ja ein bisschen auf, äh, mit einem Cliffhanger aus der Episode lassen, ne? Also ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Eigentlich könnte man sowas auch sehr programmieren. Viel Arbeit steckt da nicht dabei, ne? Hm. Gut, Freunde. Falls ihr viel Spaß mit der Episode hattet, ne? Dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Schreibt eure Beine zum Spiel in die Kommentare. Daumen und Link ist unten in der Videobeschreibung. Es ist gerade für Linux, Windows und Mac. Dementsprechend könnt ihr euch das Ganze einfach mal selber angucken. Der Soundtrack ist ja so super, ne? Auf jeden Fall sehen wir uns vielleicht demnächst wieder. Euer Franz. Euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Aude rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.